Sie lassen sich auch wirklich dieses Mal nicht überreden, bei mir zu vernachten. Oh nein, nein, meine Liebe, vielen Dank. Ich bleibe im Hotel, wie gewohnt, es ist bequemer. Ganz wie Sie wollen. Ich finde eigentlich nur, wir beiden alten Leute könnten... Oh, Sie scherzen. Ja, natürlich. Sie sind überall glücklich. Einmal der Festtag morgen und zum anderen haben Sie Oswald wieder hier. Ja, ich bin sehr glücklich. Seit über zwei Jahren war ich zu Hause und jetzt hat er versprochen, er bleibt den ganzen Winter nur bei mir. Ach, tatsächlich. Sehr schön von Ihrem Sohn. Muss doch weiters Verlockner sein in Rom oder Paris zu leben, stelle ich mir vor. Aber jetzt hat er seine Mutter. Ich bin wirklich neugierig, ob Sie ihn wieder erkennen. Er kommt etwas später, jetzt sucht er sich noch etwas aus. Also es ist Ihnen jetzt recht. Aber sicher. Gut, dann zeige ich Ihnen jetzt die Dokumente. Wann gibt es was zu essen, Mutter? In einer knappen reichen Stunde Appetit hast du ja Gott sei Dank, mein lieber, lieber Junge. Ja, der Tabak schmeckt immer auch. Ja, das sind Vaters Zigaretten. Ich habe Sie gefunden. Das ist es. Was? Oswald mit der Zigarette im Mund. Das ist, als wäre ich sein Vater wie erleitend lebt. Das ist, als wäre ich. Das ist, als wäre ich. Eines Abends ging ich hoch in Vaters Zimmer und war sehr lustig und sehr vergnügt. Oswald an diese Jahre hast du geguckt. Doch, Mutter, ich erinnere mich genau. Er nahm mich auf den Schoß und ließ mich seine Zigarette rauchen. Rauch, Junge, sagt er. Rauch, tüchtig. Ich rauchte, was ich konnte. Bis mir ganz schlecht wurde. Und mir der schweißlosen Tropfen auf der Stirn stand. Und dann hat er auch noch schalend gelacht. Oswald, das hast du alles nur geträumt. Nein, Mutter, das habe ich nicht nur geträumt, Mutter. Das ist, als wäre ich nicht nur geträumt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020